Ah, hier ist eine Sicherheitskamera. Aus den Köpfen. Gute Idee. Wir verfolgen die Implantate über die Aufzeichnungen der Kameras. Der Überwachungsraum ist im obersten Geschoss. Ich brauch Mediket. Ich hab gern noch ein paar mehr. Ich weiß, Unauffälligkeit, aber wenn du rumballern musst mit vier Schuss, ist das schwer. Ich brauch nicht jedes blöde Lämpchen ausknapsen, ne? Jetzt müssen wir sehr vorsichtig sein. Naja. Okay. Sehr vorsichtig müssen wir sein, liebe Zuschauer. Und Zuschauerinnen. Ich weiß, vielleicht bin ich jetzt zu vorsichtig, aber... Ich kann hier nur in Schwarz-Weiß schauen. ...mit meinem Nachtsichtgerät. Da ist Lichtschalter weit. Kommen Sie raus und ergeben Sie sie! Oh, da ist einer. Ups, da war einer. Shit. Oh, statt diesen von draußen. Okay. Bitte nicht. Nein. 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 Okay, Leute. Ich hab ne Idee. Ich skipp den Part schon wieder. Ich bin einfach zu doof hier dafür. Wir sehen es auch her wieder. Okay, Leute. Wir haben es mit dem zweiten Anlauf wieder geschafft. Und keine Ahnung, warum uns hier beide Fänge bewegen. Pff. Splinter Cell ist alles möglich. So. Okay. Oh Mann. Oh Mann. Schwein. Okay, ab geht's dafür. Wir gehen jetzt hier hoch. Und ich weiß, dass jetzt der Typ hinten daneben steht. Bevor wir eintreten, wieder mal einen Vorsicht zu speichern, weil ich so ein Schisser bin. Einfach alles. So. Ich hab ein paar brillante Ideen. Ein Toter. Es ist einer von unseren Leuten. Scheiße. Was war das für ein Geräusch? Olle. Diesmal geht es darum, unauffertig zu sein. Nein. Boah, geil. Wie ist das? Keine Ahnung. War nicht der, ne? Ja, ich rede ja von dem. Oh, 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 Körper. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Nein, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau doch ab. Oh Gott, ich bin im Lächeln. Oh. Wer kommt aber auch nicht. Oh, Junge. Was war das denn? Bring ihn um. Nein, ich bring ihn nicht um, es ist ein Zivilist. So. Jetzt hab ich beide kaputtgeschlagen. Wurde ich eigentlich gar nicht, aber... Hast ja auch umgebracht. Nee, ich hab den einen nur K.O. geschlagen, den hab ich umgebracht. Ja, war ich nicht doch. Den Bull, den Polizisten hab ich... Ja, kaltblütig erschossen, mitten im laufenden Kopfschuss verpasst. Ich bin... Kein Kopfschuss, Halsschuss oder so. Pff, er ist tot. Ich würde gerne nicht die Tür zumachen. Das geht leider nicht. Wir haben Tote gefunden. Ja. Oh, das war bestimmt der Putzmann hier. Ja, einfach mal die Putzkraft zusammenschlagen. Ich sollte das hier benutzen. Benutzen? Jetzt ist voll von hinten. Hier ist gar nichts. Wo muss ich überhaupt jetzt lang? Das ist ein Wildschat bei Dead Space. Wie bei Dead Space, so ein Brotkrümel zeigt mir, wo Schlangen muss. Aber haben wir hier leider nicht. Das ist alles selbstnachdeckend. Das ist ein äußerst schwieriges Spiel, wo wir hier selbstnachdecken müssen. Nicht geeignet für Roland. Sehr witzig. Ich glaube, ich bin hier total falsch. Gards! Wo muss ich überhaupt hin? Oder ich muss natürlich Treppen weiter hoch, das wäre jetzt... Oh, nee, hier geht's weiter. Okay. Tatsächlich. Oh. Aufzug. Ah, nee, doch nicht. Oh, nein, es geht hoch. Ah, ich stehe unter dem Lämpchen. Es wird wieder dunkel. Was wird jetzt? Das gibt... Wo kommt die alle her? Ja. Es ist vorbei. Ich hab doch viel Schuss, mehr hab ich nicht. Oh, auf die Kameras aufachten, ne? Stimmt. Ich achte auf meine Flex mehr. Ich bin so schlecht geworden. Du warst mal besser? Immer diese Kommentare. Immer diese Kommentare. geknipst da hat so jemand jeden pc einzeln ran warum musste man jeden pc einzeln auch scheinbar schwarzer bildschirm ich spiel auch immer wie man spieler auf schwarzen bildschirm wisst ihr nicht weil ich bin eigentlich der außerwelt aus matrix ich kann das halt am schwarzen bildschirm na so ne schwachsinn das so die musik boah ist ich schwul nein oh mein gott hier sind vier türen wer denkt einer zu schon wieder so ein polizist dann weiß knapp hätte ich es einer sein können ich lasse dich das machen ne ich hab's getan also ruhe speicherstick entnommen wenn ich die speichersticks euch vorlesen soll dann müsst ihr das mal sagen weil ich mach das euch einfach mal wer hat denn gleich kommt wieder irgend so ne patrouille hier rein und krieger wo bist du und was war das für ein geräusch ah gotte gott kacke brust da lacht da jemand als ich jemanden töte hallo du kannst mich erschrocken wieso ich frag gar nicht wieso hast du dich erschrocken wieso hast du dich erschrocken oh ein roter pc das ist einfach richtig ja ja die roten pcs haben immer ein virus drauf und den brauchen wir sooo du legst dich mitten ins licht hinein aber wenn die reinkommen sie dir nicht direkt dann macht die kaput gute arbeit fischer wir scannen jetzt die video bänder das ist unser mann haben ihn auf frischer tat erwischt kannst du sein gesicht durch ekelon jagen schon geschehen hey seht mal ein nummernschild 84 kp 214 fantastisch fischer wir haben was wir wollen treff dich mit wikes deine arbeit ist getan wir melden uns später bei dir wenn das material gesichtet ist sie abgeschlossen gibt es nicht so nein kannst du dich hier um hocken machen ich werde mir da ein bisschen vorsicht wird mir was sicherer vorkommen wie du hocken würdest geil äh hallo das gibt's doch nicht jede jede tür schließen die ab ja damit solche idioten wie du nicht reinkommen ja der eine der da fernsehen geguckt hat und dann nach stufe geklappt hat wer ist da pfff kopfstoß das war dann ja nicht so geil das war keine absicht ich dachte hier liegt hier so munition ja wenn das level zu end ist krieg ich munition das ist witzig sehr witzig muss man mit so ein tippes treffen oh so ein stativ habe ich auch da ist doch einer das war der den ich vorher gesehen habe so informationen muss ich eigentlich gar nicht jetzt benutzen aber pfff das mysterious tipping noise das fuckt mich ab könnt ihr euch nicht vorstellen wie mich das nervt da bist du gekommen da bist du gekommen ja ich muss wieder zurück gibt es noch einen anderen weg zurück ich glaube nicht oh nein oh nein oh stopp ist das hoho hab's geschafft endlich hab's level geschafft ich bin boah endlich ja dieses geräusch tiflis tiflis polizeidistrikt ins verteidigungsministerium gebracht hassen tiflis hr hr hr